Also der wär ja, der wär ja auf Kiel gegangen und nicht auf Diskussion Außer, außer, ich töte ihn als erstes und sag dann, okay, ich hab den, ich bin Fake Sheriff gezogen gebracht Ja, das war echt gut Aber er killt auch, also er, Dalu, Dalu, macht gute Kills mit Voice so Nein, nein, aber ich dachte, er wäre tot Nee, nee, ich lebe noch, ich war noch geschildert, Ehre Und jetzt wird's für die Imposter richtig hart Wo ist er? Weg in die Welt, komm Oh, er ist weitergelaufen, er weiß, was kommt, hier unten, 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 unten What? I love you War mir schon klar Oh, einfach, einfach reden Guten Tag, jetzt war's meine Runde Jetzt bin ich sofort tot Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin sofort tot Ich guck nicht mehr aufm Chat, Freunde Aber wenn's lästig ist, bin ich tot Mikrofon aktiviert Mikrofon muted Das bin ich, ich Das bin ich, ich Ich würde übrigens sagen, Trill liegt unter uns tot Oh nein, der arme Ja Der hat das jetzt nicht ganz Der, für den war das ein bisschen zu viel Und hat das jetzt nicht ausgehalten, leider Aber wir müssen, über was reden wir jetzt denn die ganze Zeit Wir brauchen für irgendwas ja ein Alibi dann Ähm, Bleskin, ist noch was passiert Wir sollten jetzt flüchten, glaub ich Lass mal hier abholen Hallo Bleskin Wir stehen auf jeden Fall welche am Licht Ich hab's grad schon kurz angegangen, dass du wieder ausprobierst Okay, sehr viele Leute Ich glaube, das Schild kann man nur ein einziges Mal casten Ähm Aber ich, also Ich glaube, ein einziges Mal Und dann kann es gebrochen werden, probably Die vote, also der Sheriff killt jetzt natürlich einen Inno, stirbt dadurch Und dann voten sie einen anderen Inno raus und trotzdem verloren Ja Das wär geil, ja Ja Imposterfest Ja, wenn wir beide sterben Wenn wir beide sterben Wenn wir beide sterben Wir hätten aber Schwabine rausholen Oh my god Haben sie das? Oh god Wenn sie jetzt Simon killt, was haben wir davon? Naja, dann reporten wir und kicken Sabine, haben gewonnen Was kam? Hä? Aber wie kommst du auf Juli? Wie kommst du auf Juli? Was? Was? Was war denn das, Mann? Sabine Sabine Was ist wirklich, Sheriff? Sabine Hans, hast du meinen Stream offen? Wahrscheinlich Ich meine, sonst würdest du nicht wissen, dass ich vorhin Crewmate war Hier ist ein Derb für dich Da Ne, ich hab keinen Stream offen Außer mal Nur ein Spaß Ey, aber nein, 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 stopp, stopp, stopp Wir müssen, wir müssen hier Ne, nein, äh, lief jemand, lief jemand Okay Nein Ist die Runde gestoppt? Ist die Runde gestoppt? Ist die Runde gestoppt? Bitte Ihr müsst einen Clip sehen Wir wollen keinen Clip sehen Ihr müsst den Clip Ich hab auch nichts Scheiß Okay, Mantel vertraut mich gar nicht mehr Oh Hä? Hä? Warte, warte, warte Hä? Dalu ist tot? Warte mal kurz Shorty, wer hat grad gerufen Flo und Mantel? Wer hat das grad gerufen Shorty? War es Timmit? Niemand Ja, da hat Timmit grad Dalu getötet Hä? Wo liegt der? Ach echt? Wo liegt Dalu? Ja, Dalu, Shorty und Timmit Wir stehen, wir stehen grad zusammen rum Wir stehen grad zusammen rum Wo liegt die Leiche denn? Timmit kommt aus Lab rausgelaufen Da liegt auch der Leiche davor Ja? Nein, 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 nein Timmit kommt auch raus Ja? Also ich sag dann schon mal tschüss, falls ich tot bin, okay? Alles klar Tschüss, tschüss 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 Ahhhh Bin ich mütet? Ja Das wäre ein paar nicht gewesen Ahhhh Das ist ja so ärgerlich Richtung O2 runter Warte Ähhh Ja, warte Varian ist aber der, der ges- Oh! Na? Warum? Warum sollte man das tun? Warum sollte man das tun? Warum sollte man das tun? Jaaahuuu 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 Freund, ist so, dann kann man ja Witze auf einem ganz anderen Level machen als wenn ich jetzt keine Ahnung Das hätte ich jetzt zum Beispiel nie mehr zu Timmit gesagt, weil ich kenn Timmit ja persönlich und privat gar nicht Also bitte denkt daran Scheiße Ich müsste selbst so lieb, weil ich geiler Stecker bin Deswegen Deswegen Ich nur Wir haben keinen Key Wir fragen nicht nach Key Ist das richtig? Sieht so wenig aus Oh nein, Juli Classic Jaaahuu Na ja okay, das war ziemlich dämlich Ist doch Lenny Warum machst du das Lenny? Oh wow, was ist denn jetzt passiert? Auf geht Was war das, hast du dich verklickt? Ja, war so ne Wamm ne Worm-abruf Das wäre zu unlucky, wenn er jetzt nochmal Imposter ist Hinterhin, also so oft heute, das wäre natürlich echt krass Nein, das kannst du mir nicht h- nee 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 Was? Ohhh mein gu- WAS? Häääääääääääääääääääääääääääääääää seht Ich auch. Links unten. Aaaaaah! Timmit! Ich bin hier! Timmit, komm mit in den Lifeline, komm! Nein, 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 nein! Timmit! Nein! Timmit bl- Timmit, jetzt hör auf! Aaaaaah! Warum?! Gut reported. Ja, dann könnt ihr ja Chantau oder du halt auch immer noch sass sein. Äh, ja. Deswegen kille ich dich jetzt, okay? Okay, mach. Warte, ich steh mich hier nach hinten. Ja, na, hier ist... Können wir hier hinten hingehen? Da ist vielleicht ein bisschen Ohrnauffälliger, weißt? Hier unten. Genau. Und jetzt kannst du mich killen. Aaaaaah, ja! Okay, bei mir hat auch nicht... Na, bei mir auch nicht. Verdammt. Warte, mein Anlauf! Aaaaaah, wo willst du? Hallo? Ja, das ist die Frage. Aaaaaah! Okay, warte. Warte. Ja! Verdammt, wir leben immer noch. Okay. Warte. Warte. Warte, vielleicht müssen wir uns... Lab 2? Hallo ist... Das ist die Frage. Vielen Dank.